Ich bin der Hindlmeier-Rainer, komme aus Niederbayern, wir importieren Bagger und Radleiter aus China und verkaufen sie europaweit unter unserem eigenen Label. Also mit nach Hause nehme ich auf alle Fälle die 30-Minuten-Regel, um vom Fachkraft-Helfer-Dilemma wegzukommen. Die Zusammenarbeit mit A&M kann man gerne weiterempfehlen. Für A&M unterscheidet sich von anderen Unternehmensberatern, weil sie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter der Firmen eingehen. Für die Zusammenarbeit mit A&M haben wir uns entschieden, einfach mal was Neues auszuprobieren, um irgendwie einen Erfolg zu erreichen. Wir hatten kein Fachpersonal und durch A&M haben wir jetzt wieder Mitarbeiter gefunden, die für uns die richtigen Arbeiten machen.